Rui Ang verbrennt sich selbst. In der Zeit des ersten Königs geschah etwas, das weithin berühmt geworden ist. Damals lebte nämlich ein Mann von tiefer Gläubigkeit in der Religion des Erleuchteten. Vor dem Tempel der Morgenröte gab er sein Leben hin, dem Buddha zum Liebesopfer. Das hat er getan, weil er die Gewissheit erlangt hatte, dass für ihn das Ende des Weges der Verwandlung erreicht war. Sein Appel steht heute in der Halle vor dem Gebetshaus des Tempels. Dies ist die Geschichte, die dort verzeichnet steht. Seht das Bild des Herrn Rui Ang, der sich selbst verbrannt hat am Freitag des dritten Monats, in der siebten Nacht des zunehmenden Mondes, um sieben Uhr abends, im Jahre nach des Buddhas Verklärung, 2333. Neun oder zehn Tage zuvor kniete Rui Ang mit seinen Freunden Kun Khan und Tongrak im Gebetshaus des Adlertempels. Und sie sprachen ihre Gebete, jeder ein Gebinde von Lotusknospen in der Hand. Wenn einer von ihnen, so sprachen sie, am Ende seines Weges durch die Wiedergeburten angekommen sei, so möge sein Lotus erblühen. Am nächsten Morgen kehrten alle drei zum Tempel zurück und staunten. Der Lotusstrauß von Rui Ang stand in voller Blüte. Der anderen Knospen waren weg. Nun übersiedelte Rui Ang in das alte Schulhaus des königlichen Tempels der Morgenröte. Er folgte den Geboten und hörte die Predigten. Baumwolle nahm er an und tunkte sie in Öl. Dann legte er sie sich auf die Hand und zündete sie an. Jeden Tag. So diente er dem Erhabenen, bis er die Zeit gekommen fühlte, wo er sich selbst verbrennen wollte. Wieder hörte er die Predigt und als sie verklungen war, nahm er sein Gewand, tauchte es in Öl, hüllte sich ein und schritt hinaus vor die Halle. Er setzte sich hin, überkreuzte seine Füße und legte die Hände zusammen zum Gebet. Ruhig führte er die Flammen an sein Gewand. Als die Lohin ganz umhüllte, rief er laut, mein Wunsch ist erfüllt. Fünf oder sechstausend Zuschauer hatten sich angesammelt. Und als sie die Stimme des Verklärten hörten, rissen sie ihre Gewänder vom Leid, ergriffen ihren Schmuck und warfen das alles in die Flammen, dem Buddha zum Opfer. Als das Feuer zusammengesunken war, legten die Gläubigen den Leichnam in einen Sarg und baten ihn auf dem Schulhause. Sie knieten nieder und beteten und sangen die Verse der Lehre dreimal. Dann nahmen sie den Toten und trugen ihn zum Feld der Leichenverbrennung vor dem Schwanentempel. Als die Flammen zu Himmel schlugen, kamen elf oder zwölf Fischlein aus dem nahen Bach über das Feld gehüpft und stürzten sich in die Glut. Als das Feuer erloschen war, konnte jeder sehen, dass die Knochen von Ruyang wundersam grün, weiß und gelb geworden waren. Die Bauern sammelten seine Asche in eine Urne und brachten sie in das Schulhaus des königlichen Tempels der Morgenröte, wo Ruyang seine letzte Ruhe fand. Untertitelung des ZDF, 2020